TÜRCHEN 24 Die Reise endet heute. Danke, dass du zugehört hast und ich möchte heute mit einem Gedicht abschließen, was Freiheit bedeutet. Und an diesem wundervollen 24. Dezember wünsche ich dir jetzt alles Gute und ich hoffe, wir sehen oder hören uns bald mal wieder. TÜRCHEN 24 Freiheit Etwas zu sehen, was keiner sieht und zu hören, was keiner hört. Etwas zu fühlen, was keiner fühlt. In deinem Inneren, ungestört, klar zu denken, dich nicht zu beugen. In deinem Inneren, ohne Zeugen, hast du die Wahl, die deine ist. Weit weg von aller Norm, die deine Würde nur verdrehst. Ganz tief in deinem Inneren ist die Freiheit Teil von dir. Darum hüte sie und achte sie. Dann geht sie niemals weg von dir. Egal wie laut in deinem Umfeld prallende Macht Menschen dich auch umwerben. In deinem tiefsten Inneren werden ihre Stimmen einfach sterben. Darum fürchten sie, was in dir ist. Denn versuchen sie in dir zu sprechen, bleiben ihre Stimmen stumm. Und all ihre Verführungen erweisen sich als klein und dumm. Denn die Freiheit in deinem Inneren, die gehört nur dir allein. Gesegnete Weihnachten, alles Gute dir und den Deinen. Danke fürs Zuhören. Danke für diese Reise durch 24 Geschichten und Gedichte. Danke fürs Zuhören.